Gut möglich, dass dieser Mitsubishi das Auto ist, das zu Ihnen passt. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einer Automatik. In diesem Mitsubishi verfügen Sie über eine Klimaanlage, einen Bordcomputer und Zentralverriegelung. Möchten Sie mehr über dieses Auto wissen? Dann kontaktieren Sie uns für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017